Angler Info, guten Abend, die Delta Mike Echo Papa Oscar. Mike Echo Papa Oscar, Angler. Die Delta Mike Echo Papa Oscar, Pilot Plus 1, für eine Stunde lokal, er bitte startet hoch. Papa Oscar, die 1-1-QNH-1016. Gitter 1-1-QNH-1016, Delta Papa Oscar. Gitter 1-1-QNH-1016, Delta Papa Oscar. War das gut? Bremse, Umkehrschub. So sketchy. Das Funkgerät liegt hier unten, da liegt es gut. Guck, jetzt ist es mal wie schon ausgefallen. Ja, mach nix. Okay. Temperaturen haben wir. Guck ist eingestellt. Ja, würde ich sagen, Freddy, Freddy, Familienplanung noch einmal. Ja. Spritpumper. Genau. Transponder. Delta Papa Oscar rollt auf 1-1 und startet. Ja, nochmal alles hier, ne? Mal zu. Nee. Okay, sagte ich. Stabte, nee. Ja, alles ready. Before take off. Mehr will der nicht, guck mal. So, gleich zum Stehen. Start. Tor. Guck, gerade und nass. Und schon in der Luft. Oh, der hängt aber ein bisschen nach rechts, ne? Was soll das denn jetzt sein? Das kann nur Wind gehen. Entschuldigung. Da hat sich das in den Klauten gegangen gefahren. Ja, verdammt. So. Mein Händler. Nein, 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 warte mal, ich will wieder nochmal den Klauten machen. Oder doch, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Also, das Wetter war heute geil. Es war richtig, ab und zu war ein bisschen bockig, aber ansonsten bekommst du richtig schön. Ist da eigentlich mal an der A gewebt. Ob ich da schon war? Nee, noch nicht. Also von oben. Nee. Ich bin früher noch richtig gemütlich geflogen. Ich bin meistens 150, 150, mehr Besuch drauf, das ist 140, den Rhein entlang. Aber es fehlt jetzt, ne? Ja. Ich bin ruhig. Wir haben da Sonnenuntergang, 20.15 Uhr oder so. Ja, ne? Ja, gut, aber der Platz macht eh immer einen. 20.30 Uhr, na ja. Hat da einer sein Handy an? Na, ich bin das nicht. Hat es runterflogen, dass er flogen kriegt, ne? Seitens. Ich bin da. Tens. Ach boy. Das war eine schöne Reihe. Ja, das ist ein anderer Pflegeidei da unten. Ah ja, verstehe ich. Sogar flasere. Oh ja. Ein bisschen schwer auf den Vereinfaller. Wie du hier siehst, hier geht das ja nicht. Ja. Jetzt dreht mal rum, ja? Ja, ja. Das ist jetzt Ahrweiler, ne? Platz 9 auch. Ach, da ist doch dieses Casino und so, ne? Genau. Ja. Ja. Ja, ja. Wahnsinn. Und jetzt, als wenn er niemandem was tun würde, ne? Ja. Da oben war ich jetzt im Auto dann und hab dann von Bernau, äh, äh, von dem Aussichtspunkt runterfotografiert. Schau mal runterfotografiert. Oh. Ach. Ach. Wahnsinn. Das ist der Anfeiler. Ne, das ist der A-Brück. Ne, Anfeiler. Das ist das Altenheim da unten. Ja. Du erkennst von hier oben nichts mehr wieder, oder? Ja, eigentlich. Aber viel ist nur der A von dem, was war gar nicht mehr da so, ne? Ne, das ist alles weg. Alles wieder ins Plusbett gerüst. Ja. Ist die Qualität auch besser? Ja, sowieso. Hallo, Robio. Angeladen. Hallo, Robio. Die 1-1-2-1-2-1-6. Wir sehen uns im 0,590-7, nicht mehr wie viele Sie da erheben. Die 2-1-2-2-1-2-1-3-8-4-6-7-7-8-s-8-6-7-8-6-6-7-8-7-7-8-6-5-7-8-6-8-6-7-7-8-9-7-8-7-8-7-8-7-8-9-7-7-8-6-6-8-8-7-7. Und hier ist zum Beispiel eine Brücke, so halb da. Ja, die ist weg, ja. Drei Meter da. Das ist für eine Brücke, das war. Ja, überlegt mal, die Brücken haben hunderte von Jahren, man hat es dann 300 Jahre im Ausgehälten. Wahnsinn. Ja, das heißt die Brücke zum Beispiel, die Brücken haben. Ja, das gospels. 볕 kommt und, müssen sie ohne Zeit. Ich schaue nun eine ane Alternative. Ich denke sie wirklich nicht. X interpretation ist schon schlimm. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020